hallo es geht weiter gott fucking damit verkraften also ich weiß nicht wie zur hölle man darauf kommen soll ich habe den hund die gefördert und in terminus das ist metall ich ja man kann den scheiß anzünden sieht es bestimmt cool aus wenn man es an außen anschaut aber das hört gleich wieder auf also die frage bleibt es verbrannt ich hoffe mal denn jetzt ist der boss nicht mehr fucking unmöglich ich meine ich habe jetzt auch gelernt dass man lebenssteine öfters benutzen kann dass man den heil effekt steckt was schon ziemlich nice ist alles ist eigentlich unnötig da dieses fucking jetzt ist das gift weg easy easy fucking holy shit ich habe gott damit wie soll man darauf kommen bitteschön das spiel sagt dass er bestimmt irgendwann oder ich muss einem das doch sagen ja wird mich wundern wenn ich was komm her aah oh bisser nein wirklich aah fucking treppen ich habe dich noch mal gerissen aah ich werde verrückt Lebenschein. Hallo, 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 hallo. Ha! Haua, du Bitch. Ich mag dich nicht. Wow. Wow. Verfiss dich. Ah, ein Griff! Äh! 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 Fuck you! Nervig! Goddammit! Dann wird man doch verrückt, man! So. Uh, Drachenapulett. Jetzt nicht mehr so wichtig. Oh, holy shit. Warum? Die Windmühle brennt. Oder die ist verbrannt. Und jetzt ist das Gift weg. Was den Kampf natürlich irgendwie doch super scheiß direkt einfach machen sollte. Aber, ganz ehrlich. Wenn man das mit dem Gift schafft. Dann hat man entweder viel zu viele Highlight-Items. Oder man ist super mega ober-ultra-skilled. Heftig, scheiße, krass. Oder. Man ist Level 1 Milliarden. Und hat so viele Skillpunkte, dass man gar nicht mehr sterben kann. So viele Lebens-Skillpunkte. Hey, das ist dein Item. Herr Kumpel. Fuck you! Du hast mir so viel Nerven gekostet. Du hast mich so viel Nerven gekostet. Oh. Mann. Hallo. Gift-Stein. Da steht doch Gift-Stein, oder? Ach ja, stimmt. Das ist alles, was jetzt die Waffe verbessern könnte. So. Sonst, ich werde trotzdem eine Scheiße benutzen, ja? Norm. Mehr Ausdauer, what damn it. Okay, wo ist jetzt das Gift? Hier außen. Ah, ha, ha, ha. Hi, was geht? Was willst du denn? Ha, ha, ha. Lock einfach. Huh. Hey, 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 hey. Ganz chillig. Da war's ne Bitch. Schaut ihr euch an. Yey. Komm hierher. Weißt du, du bist stresst. Hui. Hui. Oh nein, sie hat mich angegriffen. Au. Ich sterbe jetzt wahrscheinlich trotzdem noch. Hm. Huh. Die Schreie. Hoppala. Huh. Äh, äh, äh. Au. Die Schreie. Die Schreie. Hoppala. Äh, 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 au. Oder? Das kann ich nicht machen. So. Daumen kurz heilen. Okay. Mach du mal. Manchmal ist es so, als würde das Schild gar nicht existieren. Ich verstehe gar nicht, wie das passiert. Hallo. Was geht? Ui. Oh ja. Oh nein. Er hat mein Schild angegriffen. Ey. Nicht ins Gift rein. Huhuhu. Chill. So. Du bist nun voll am Arsch. Huhu. 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 Da. Wie fucking easy. Holy shit. Huh. Na gut. Geschafft. Ist das was jetzt wieder normal? Ne. Geh weg Gift. Es kommt mir so vor, als wäre hier irgendwie... Ne. Kann nicht sein. So. Okay. Gut. Vielleicht wäre es auch zu offensichtlich, wenn hier irgendwo eine Fake Wand ist. Hm. Okay. Dann geht es jetzt hier lang. Was wird uns denn jetzt hier... Also wenn wir hier sehen. Ui. Wie kommt es hier nach oben? Krass. Ich dachte, wir wären schon ganz oben. Hallo. Nein. Ist das Harry Potter Land? Hm. Ist das Harry Potter Land? Hm. Ähm. Irgendwie der langsamste... Shit der Welt. Hallo. Ich will versuchen hier wieder runter zu tun. Und zu schauen, ob da was ist. Aber... Erstmal schauen, ob hier irgendwo ein Feuer ist. Hallo. Hallo. Eisenschloss. Krass. Wo ist ein Feuer? Goddammit. Da ist... Da ist... Da ist ein Feuer. Endlich. Geil. Lava Gebiet. Oh ja. Lalalalalalalalalala. Pizza. Holy fucking damn it. Hat es lang gebraucht. Um den scheiß Boss zu besiegen. Obwohl das so easy war. Also lang jetzt nicht unbedingt. Aber... Es geht. Zu lange. Sagen wir einfach zu lang. Es hat zu lang gebraucht. So. Hallo. Boop. Kann ich jetzt da oben drauf? Bestimmt. Nee. Ist... Da ist ein Gitter. Schade. Hm. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. 23.000 Seelen ist halt doch nicht ganz so viel. Ich gehe jetzt aber einfach mal... Da ist ein Item. Erstmal drauf scheißen. Erstmal nach Machula. Erstmal... Und schauen, ob ich vielleicht meine Waffe verbessern kann. Wenn nicht, dann... Einfach upleveln. Und dann ist alles gut. Oder wir suchen noch diesen komischen Heini da. Dieser Pisser, der uns umbringen wollte. Weil wir jetzt eine kleine Quest haben, ihn zu killen. Außerdem nicht vergessen. Hier können wir eine krasse Rüstung anziehen. Auch wenn die uns richtig fett macht, ey. So. Hm. Will ich? Eich. Eich... Ich lass es. Es passt. Na ja. Verstärken. Was brauchen wir denn eigentlich? Titanbrocken. Krasse Scheiße. Hier hat die auch einen Titanbrocken. Was haben wir eigentlich noch für ein Shit? Ich will das aber... Ich... Ich... Wir haben immer noch keinen 100%... So ein krasser Shit. Ich... Ich... Ich bin toll, ich weiß. Danke. Hm... So. Schauen wir mal. Jetzt machen wir an... An... Verbessert. Ach, wir haben sogar genug für zwei Level ab. Okay, der war meins. Alles sexy. Stärke wäre halt nicht schlecht. Stärke und Konditionen für Ausdauer. Ja. Das hört sich gut an. Pizza. So. Oh, fuck. Oh, hier. Auf zur Grenzbrücke. Jetzt end... Es geht weiter, ja. Jetzt fängt es wieder an mit richtigen Dark Souls, glaube ich. Das ist die Scheiße am... Dampf. Ja, krass. Wenn wir mal sagen, dann bin ich verbrannt. Was zum Fick? Gott damnit. Nein, bitte sag mir nicht, dass ich jetzt 500 Mal sterbe, nur weil ich zu geizig bin. Das ist Scheiße. Ein... Scheiße Atem da haben will. Claymore. Oh, ein enorm großes Schwert. Easy. Menschenbild. Das war's mir wert. Ja, da ist einfach mal ein Schädel. Ihr seid gestorben. Ach so. Ach so. Ja, nee. Holy shit. Wirklich? Mann. Blausiegel. Dies ist der Ring des Hals des blauen Pfads. Ja, super. Was mir doch einfällt. Wir könnten jetzt wieder den Gift-Biss-Ring tauschen gegen den da. Noch mehr Speedy Gonzales zu sein. Na ja, was ist denn? Da ist halt irgendwie egal. Egal. Man kann die Lava mal runter machen, dann ist da irgendwie ein Weg. Und wir können auch bestimmt irgendwie mal auf dem Feuer da drauf sein. Tuten tun. Hey Kumpel. Was willst du? Oh. Das war kein... Nicht das, was ich machen wollte. Und er steht auf. Ich muss mir echt mehr Lehmsteine besorgen, glaube ich. Die sind einfach zu nützlich. Ich überleg den Weg vielleicht sogar. Weil das ist ja nur teilweise immer Lava. Wenn ich da jetzt echt runter hüpfe, um zu sterben, bin ich so dumm. Irgendwie ja schon. Schauen wir mal. Hallo. Darüber will ich nicht reden. Ja, man merkt das Schwert. Der spielt sehr viel Mario. Er ist sehr geübt da drin. Jump Run Rätsel zu meistern. Ich mein... Kommt schon. So viel... So viel... Dafür parier ich den jetzt. Passt auf. Hi. Das war kein Parieren. Das war kein Parieren. Das war kein Parieren. Das war kein Parieren. Ich parier dich. Das war kein Parieren. Der ist zu schnell. Das ist auch kein Parieren. Das war kein Parieren. Alles war auch. Ich sterbe jetzt. Äh. 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 Greifan! Äh. Ja. Ahhhh. Das tut weh. Hey, schaut mal. Da bin ich fred. Äh. Äh. Oh. Das gar nicht so einfach. Ich darf nicht am Ende vom Stein hüpfen, sondern davor. Also sonst habe ich keinen Platz mehr zu hüpfen. Egal. Jetzt, dadurch habe ich nur mehrere Chancen, diesen komischen Heini zu töten. Nicht zu parieren, weil ich habe gerade gemerkt, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Außerdem ist parieren halt auch irgendwie langweilig. Komm schon. Wir müssen schon geskilled spielen. Einfach nur Gegner parieren, das kann ja jeder. Na, schaut ihn euch an. Was wir geskilled machen, wir laufen taktisch um ihn rum. Da ist noch nie jemand in Dark Souls draufgekommen. Und dann greifen wir an und machen keinen Backstab, ja? Das ist das, was die Leute nicht verstehen. Die Leute wollen dann Backstabben, aber das macht man nicht. Krass. Dumme ist, wenn ich ein maximales Leben übrig hätte, wäre alles kein Problem. Hab ich aber nicht. Es geht ein Leuchtfeuer, ja? Einfallspinsel, Gewürz, ja? Seht ihr? Ich sage gerne. First try. Nein, deswegen legt man sich nicht mit mir an. Wenn ich mal über heiße Steine renne, verrecke ich nur fast. Ja? Alle anderen werden verreckt. Schönes maximales Leben, Mann. Hey du Arsch da, genau du dich meine ich. Komm her. Es gibt Stress. Hä? Ja, ich habe hoffentlich genug Ausdauer, ja? Geil. So. Was wollt ihr? Hä? Ist hier noch was? Keine Gegner. Ich habe wohl Angst. Die haben wohl Angst. Hier. Kann ich nicht mal durch. Fechterin schaubern. Ah, hallo. Bist du ein NPC? Die hat zwei Waffen. Die leuchtet. Das finde ich gar nicht so cool. Hallo? Was geht? Bist du? Holy fuck. Hat dieses Ding viel Leben. Du bist doch. Das war doch 100. Das war doch kein NPC, oder? Ne, warte mal. NPCs sind diejenigen mit viel Leben. Holy fuck. Was war das? Die ging. Krass. Krass. Was war mit der falsch? Oh Mann, schaut euch unser Leben an. Das geht richtig flott runter. Das maximale Leben. Hallo? Was geht? Alter, halt ganz ruhig hier. Was soll das? Was hat einmal nicht? Fuck you. Bye. Ja, boy. Okay, wenn ich jetzt hier runtergehe, dann kommt die... Oh, okay, da ist nichts. Kommt jetzt. Ich denke mal, das war ein... Mensch des echten Lebens. Nein. Ich will hier nicht sein. Ich weiß, sie kommt eingeschissen. Ich kann sie riechen. Lass mich in Ruhe. Hallo. Ich will nicht. Aua. Da ist eine Fechterin, die heißt Charon. Nein. Ich hätte das Item haben wollen. Da ist Feuer. Durch Grand Tactics. Boah. Boah. Schön, dass du das Leben gehabt ... Leute. Na? Wer war das? Was hat er jetzt gemacht? Was habe ich damit gemacht? Ich bin voll der krassen Shit, weil ich bin Hardcore. Nein. Willst du mich abschießen, meine Boys? Ist das hier eigentlich fake Under London oder so ein Scheiß? Oi. Tschüss. Das war ja too bad. Ich würde sagen, erstes Ziel, NPC besiegen. Es wird an sich unmöglich, denn ich kann nicht gegen NPCs spielen. Es könnten echte Spieler sein, Dark Souls Profis, die besiege ich. First Try. NPCs, vergiss es. Es ist einfach nicht möglich. Nicht im Bereich des Möglichen. Und genau deswegen werde ich Noob Tactics machen. Wegrennen. Und schießen. Hey, du dreckst viel. Ich weiß, du lebst. Ich will aber nicht. Leckst du mich ab. Hallo. Eia. Ich hab dich erwischt. Das war... Weiß ich, ob ein Feuerschwert hier gut ist. Ich glaub... Stirn. Man hat mir mal gesagt, ich sollte meine Waffe wechseln. Hallo, wie geht's? Kein Problem. Nein, wie geht's? Zweifel kann man in dem Spiel eigentlich dualwilden. So was ist möglich? Krass. Ne, oder? Muss ich mal testen. Dualwilden. Die geht voll ab, die Bitch. Oder es ist eine Waffe, die so zwei Shit macht. Testen wir's mal. Was ist, wenn ich hier jetzt so'n Scheiß reinmach? Krass, du's geht. Das ist bestimmt Shit. Egal. So. Außerdem... ...sollte ich... ...Dings drauf machen. Oder ist es hier? Hier gibt's so Steine. Glutungsgift, Grude. Gift... Glitz! Wie kann ich den... Das muss ich wahrscheinlich bei einem Schmiediball machen. Aber erstmal... Erstmal egal. Was, mein Schild? Nein, das geht. Äh. 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 Jo, ist die Waffe krass hier. Schau'n wir mal. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ein NPC, ja. Da freu' ich mich drauf. Ich bin nicht Trash. Nur manchmal. Wo bist du? Wo ist'n die Bitch? Jetzt. Hier ist ein Boden-Ding. Scheiße. Fuck! Äh. 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 Ist ja eigentlich easy. Langsam hab' ich's. Wird ihr schon schwindelig? Ich wusste es. Ihr wird... Schwindelig! Shit. Ich bin schwer. Mich krieg' man nicht so leicht davon. Ich mach' dich kalt. Ich dreh' mich um dich rum. Ja? Tactics. Tactics! Und du kannst dich nicht teilen, denn du bist'n NPC! Ha 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 ha! Irgendwann mal wird's hier zu doof. Das ist das Schöne. Die NPC ist hier. Den wird sowas langweilig. Ich bin einfach nur dämlich. Ja! Du Bitch! Goddammit! Die gibt mir nicht mein Item! Wie fies! Ne, war mein. Menschenbild. Useless. Holy fuck. Ich bin einfach.